In diesem Video möchte ich euch vereinfacht erklären, wie ein Gewitter entsteht. Entscheidend für die Entstehung eines Gewitters ist natürlich die Wetterlage. Es gibt Hochdruckgebiete und Tiefdruckgebiete. Bei einem Hochdruckgebiet bewegt sich die Luft aus der Höhe nach unten. Sie drückt quasi auf die Erde. Deshalb auch Hochdruckgebiet. Dabei werden Wolken ebenfalls nach unten gedrückt. Wolken sind ja nichts anderes als kleinste Wassertropfen oder Eiskristalle. Je tiefer die Wolke nun sinkt, umso wärmer ist die Luft, die die Wolke umgibt. Die Eiskristalle fangen an zu schmelzen und irgendwann verdunsten die kleinen Wassertröpfchen zu unsichtbarem Wasserdampf. Aus diesem Grund können wir bei einem Hochdruckgebiet in der Regel die Sonne sehen. Bei einem Tiefdruckgebiet bewegt sich die Luft nach oben. Aber wie entstehen nun Wolken? Dafür benötigen wir Energie, die uns die Sonne liefert. Die Sonne erwärmt zum Beispiel das Wasser eines Sees. Durch die Energie der Sonne verdampft Wasser zu unsichtbarem Wasserdampf. Dieser Wasserdampf steigt im Tiefdruckgebiet nach oben. Die Temperatur der Luft nimmt mit steigender Höhe ab. Irgendwann kondensiert der unsichtbare Wasserdampf zu kleinen Wassertropfen. Es bildet sich eine Wolke. Jedoch reicht das noch nicht für ein Gewitter. Gewitterwolken sind extrem hoch. Wenn Wasserdampf zu Wasser wird, wird Energie frei, die sogenannte Kondensationswärme. Die Luft um den Wassertropfen wird warm und warme Luft steigt bekanntlich nach oben. Es entsteht ein zusätzlicher Aufwind. Die Wassertropfen steigen also weiter auf, sogar bis über die 0 Grad Grenze. Über der 0 Grad Grenze hat die Luft eine Temperatur von unter 0 Grad Celsius. Die kleinen Wassertropfen werden zu kleinen Eiskristallen. Wenn Wasser zu Eis wird, wird wieder Energie frei. Dadurch wird die Luft um die Eiskristalle erwärmt und durch den Aufwind steigen die Eiskristalle weiter nach oben. In Deutschland können Gewitterwolken durch diesen Prozess bis zu 12 Kilometer hoch werden. Über diesen 12 Kilometern wird die Luft nicht mehr kälter. Dadurch steigen die Eiskristalle nicht mehr weiter, sondern breiten sich nur noch zu den Seiten aus. Das führt zu der typischen Form eines Amboss einer Gewitterwolke. Einige Kristalle verbinden sich und wachsen dadurch zu größeren Hagelkörnern. Die Hagelkörner haben gleich viele positive wie negative Ladungen. Irgendwann sind die Hagelkörner so schwer, dass sie durch den Aufwind nicht mehr oben gehalten werden können. Sie fallen nach unten. Auf dem Weg nach unten stoßen die Hagelkörner mit kleinen Eiskristallen, die sich nach oben bewegen, zusammen. Bei den Zusammenstößen gehen negativ geladene Elektronen von den kleinen Eiskristallen auf die Hagelkörner über. Dadurch sind die Hagelkörner nun negativ und die kleinen Eiskristalle positiv geladen. Dieser Vorgang passiert viele, viele Male, sodass sich oben in der Wolke positiv geladene Eiskristalle anlagern und unten in der Wolke negativ geladene Hagelkörner. Dadurch entsteht ein großer Ladungsunterschied. Die Natur mag aber keine zu krassen Ungleichgewichte und die negativen Ladungen suchen nun einen Weg, sich mit den positiven Ladungen zu neutralisieren. Dadurch entstehen nun Blitze. Die meisten Blitze entstehen innerhalb einer Wolke. Wir schauen uns aber mal einen Blitz an, der in Richtung Erde geht. Durch die negativen Ladungen am unteren Ende der Wolke werden Elektronen, zum Beispiel an einem Baum, nach unten gedrückt, da sich gleichnamige Ladungen abstoßen. Der nun positiv geladene Baum zieht nun die überschüssigen Elektronen aus der Wolke an. Einige Elektronen fließen also durch die Luft in Richtung Baum. Dadurch wird die Luft an dieser Stelle extrem stark erhitzt, sodass diese leuchtet. Der Blitz entsteht. Durch den schnellen Anstieg der Lufttemperatur dehnt sich außerdem die Luft sehr schnell aus. Dadurch entsteht eine Druckwelle, die bis zu unseren Ohren gelangt und die wir als lauten Knall wahrnehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017